Bist du Nina? Ja, und du Martin. Darf ich? Klar, setz dich. Willst du was trinken? Entschuldige, ich bin ja gut wie nervös. Ich hab so etwas noch nie gemacht. Ich auch nicht. Gott sei Dank. Dann stottern wir wenigstens beide. Genau. Du siehst wirklich. Genau aus wie auf dem Foto. Ja, ich mein, man hört ja alles mögliche. Du denkst du bist mit Robert Redford verabredet und auf einmal da steht Steve Hörgel vor dir oder so. Na wirklich, wirklich, ich mein, du kannst mir schon glauben. Ich rede zu viel. Oder? Gebe mir bitte schönes Tempo. Tem-Tem-Tem. Tempo. Tem-Tem-Tem-Tem-Tem. Tempo. Das neue deutsche Mutz-Magazin. Tempo. Hass und Liebe. Stirm und Drang. Angst und Lust. I love Tempo-popo